Oh ja, Bereich sichern und Chalet, Bibliothek, Frau Frost, ich hoffe, das wird was und damit auch einerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ebenso, danke. Tschüss. Tschüss. Das ist der falsche. Stimmt, so vier wollte ich. Ah, jetzt wechselt das. Doch, ne, ich wechsel bloß die Waffe. Ich brauche einen Setcher für die Garage, da sind Setten. Ne, die waren vorhin schon nicht die ganze Zeit in der Garage. Ich habe extra zweimal... Deswegen sind sie ja jetzt in der Garage. Ja, dann mache ich das mit echt kaputt. Und schieße ich unten durch. Das hat schon mal mit einem Teamkollegen geklappt. Mit super, super Nicht-TSler-Mitspielern. Keiner Kinder. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters finden. Äh, ich habe keine Küche. Gut gemacht. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Best Zoom. Naja, ist nah dran. Echt so? Da ist eine Ecke, eine Kante, da kommst du nicht. Äh. Kläre. Fünf Sekunden bis Einsatz. Ohohoho. Fünf Sekunden bis Einsatz. Kalt. Welches Fenster? Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ja, da wurde ich zuerst rein gesichert. Ohahoho. Laden neues Magazin. Ich muss auch nachladen. Sophia mit ihrem LMG. E. Oh, da steht ein Schild. Irgendein Gojo-Schild. Da läuft einer. Auf der Treppe ist einer. Oh, meine Dauner war zunetzt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist egal. Ja, zurecht. Will sich betrinken, der Arsch. Im Weinkeller. Mal sehen, was sie vorhaben. Das mag ich am liebsten. Das mag so viel am liebsten. Setze Sprenggranate an. Komm, wir um ein Stück. Oh, Kite. Weiter so in der Küche. Okay. Büro ist jemand gewesen. Hab kein Büro tot. Zeit hab ich. Gut. Bojo ist Trophy-Hu. Den Biobehälter sichern. Ist nur noch ein Gegner übrig. Ich könnte den Schild wegmachen, wenn du wegbleibst. Achtung. Achtung, Explosion. Es wird schon gesichert. Und gewonnen. Sehr schön. Der Biobehälter ist sicher. Ja, wir haben eingenommen. Der war nicht drin. Das war so vier. Ach so, Jack war auch. Wurde mir gar nicht angezeigt, dass er das eingenommen würde. Also angezeigt, ja. Aber es wurde, glaube ich, nicht angesagt. Oder wir haben uns so sehr auf die Gegner konzentriert. Ich hab's dann auch gemerkt, nachdem ich den mobilen Schild weggemacht habe. Da hab ich mal kurz... Ich hab's gar nicht gemerkt. Ist auch blöd. Wie Mira wieder guckt. Ich mach mal um die Lücke zu. Stacheldraht wird eingesetzt. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ich mach beide Lücken zu. Böses Auge auf Patrouille. Das wird er sich hier aufbauen. Er sucht noch einen Platz für sein Mobilienschild. Jetzt hat er ihn platziert. Auf dem Pavillon da oben war einer. Okay. Da sah nach der Mietung aus. Oh, der ist schon weg. Diese Tür ist sicher! Guckst du Küchenfenster bitte mal kurz? Ich will nämlich mal zumachen. Ups. Küchenfenster. Gut, hab's zugemacht. Äh, Drohne drin. Da ist sie, hab sie. Irgendwo macht einer... Äh, ja, Sprengladung über die Hockei. Im Büro ist jemand im Büro. Der mit ist da auch Luke. Luke Küch. Fius, Vorsicht bei Tchachanka. Tchachanka. Der hat's überlebt, der Arsch? Krass. Oh, oh. Bäh. Das Bese Auge hat's nicht überlebt. Ich fass es nicht. Beide haben's nicht überlebt. Aber der Tachanka. Gleis Parallel. Der ist aber draußen noch. Ja. Das war die letzte Ladung von Fius. Ja. Über uns, Sprengladung. Temid macht Luke auf. Die haben noch No-Match. Vorsicht. Hauptteil ist jemand. Ah, offen. Ja, pass auf. Nicht gut. Ich lade nach. No-Mit war... ...an der Treppe irgendwo. Ach, du Kacke. 35 noch, die rennen gleich. Reiner ist in der Küche. Gut. Gut. Ich werde markieren die ganze Zeit. 15. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Sie haften uns sicher. Okay. Ich gucke Luke. Okay. Ich gucke Luke. No-Mit kommt. Danke. Okay, Gang. Robbt. Nein. War's verletzt? Ja, eben. Du abstauber. Bevor du dich beschwerst. Ah, bring's doch mal an. Da liegt's doch. Ja, aber nicht bei uns schon verletzt. Wusste ich ja nicht. Nein. Das ist ja nur zu sehen. Das lag rum ja, aber kann sich auch hinlegen. Jetzt sind sie in der Garage. Hast du versprochen? Mhm. Mensch, da braucht man einmal Seraphina und die geht. Jetzt braucht man EMP-Mann. Ja, das ist doch mal EMP-Mann. Der mit seinen kleinen Laubblättern da auf dem Kopf. Hat bestimmt mal viel Zeit auf den Bäumen verbracht mit seinen ERP-Galaten. Klingt wie Bibliothek. Nö, hier hat Jukebox bar. Kapka. No. Na. Go, Johan. Okay. Nein, wir haben. 10 Sekunden bis 1. Shit, jetzt runter. Hihihi. Ne, steht noch um. Noch 50 Sekunden. Oh, Kapka. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ich muss nachladen. Luke ist offen über dem Spielzimmer. Na, hat mich jetzt auch. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020